Ja, ich weiß. So, jetzt aber. Also, äh, das ist hier egal, weil sich eh alles nach meinem, ähm, äh, nach dem Ende des Kampfes wieder alles auflädt. So hat man halt eben sehr wenig, äh, also man muss sehr wenig nur... an Potions benutzen, während eines Kampfes, was ich halt eben sehr, sehr schön finde, ne, das ist halt sehr entspannt. Was ist denn das für ein Gürtel? Plus elf Attack, den geben wir Aveline. So, was haben wir hier? Boots. Ja, die nehmen wir uns doch. Sehen auch gleich viel schicker aus. Sonst haben wir an Waffen nichts mehr. So, dann müssen wir jetzt mal kurz auf C-chen drücken. Ich hab auch auf C gedrückt, ja. Attribute. Wir nehmen hier wieder zwei Dexterity und ein Canning. Und jetzt muss man mal gucken, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ja, ich möchte eigentlich gerne eine passive Ability haben, weil die ist eigentlich ziemlich stark, so was zu haben. So, und bei dir machen wir jetzt ein Mind Blast. Obwohl, ne, den brauchen wir auch noch nicht. Obwohl, Cone of Cold kann ich noch nicht machen, erst mit Level 4. Ja, da machen wir ein Mind Blast. Ist doch wunderbar. So, bei ihm haben wir jetzt zwei Strength und ein Constitution. Und wir geben ihm hier die passive Fähigkeit. Und sie machen wir zwei Strength und ein Constitution. Und sie kriegt ein Shield Bash. Wunderbar. Weil sie kämpft nämlich mit Schwert und Schild. Das ist nochmal was anderes als mit einem Zweihänder halt. So, ihr sehen könnt, sind wir am Ziel. Auf der Map oben rechts kann man das halt sehen. Dieses Zeichen ist immer unser Questzeichen. Ist immer sehr einfach, sich dann daran zu orientieren, wenn man auf der Karte ist. Hier haben wir angefangen und dann geht es hier halt lang und dann passt, ne. So. Und sieh'n das wieder ruhig, weil Sequenz. Das hat ja voll gut geklappt. So, jetzt schicken wir sie aber schon mal dahin. Huch. Ja, egal. Komm. Oh, oh. Ja, okay. Wir hauen es erstmal da ab. So, und wir schützen mal unsere Schwester, ne. So, was haben wir denn hier sonst noch Feines? Die kämpft da. Ist alles gut. Ich hätte gerne mehr Flanking. Aber ich glaube, das kann ich mir voll abschminken. Okay. Ich glaube, das war's. Yeah! Ich bin hier. Das war's. Ja, wir sind sicher. Ich bin sorry, Mistres. Ihr son ist weg. Nein, diese Dinge nicht bei Carmen. maybe we should grieve when we're safe don't speak to me of grief this is your fault how could you let him charge off like that your little brother my little boy mother we can't stay here carver wouldn't want his sacrifice to be meaningless allow me to commend your son's soul to the maker mistress ashes we were and ashes we become maker give this young man a place at your side let us take comfort in the peace he has found in eternity i will never forget you carver but at least father will have company now sooo dann gucken wir mal Ich will nicht die heute! Ich will nicht die heute! Oh, cool! So ein bisschen war ich mich jetzt schon wieder mesmerized von der... Szene... Schon lange nicht mehr gespielt! Hallo! Wenn sie das so sagt, ne? Denke ich die ganze Zeit an Nightmare Before Christmas. Und das alles nur, weil der Boogeyman zum Sandy Claus sagt... Und ich finde das sehr lustig. Deswegen muss ich jedes Mal, habe ich nachdem sie diesen Satz sagt, diesen Ohrwurm. Ihr solltet alle Nightmare Before Christmas auf Englisch gucken. So, und ich sage jetzt, nice trick! Impressive. Woher du lernen, wie du in einem Dragon bist? Vielleicht bin ich ein Dragon. Wenn du so bist, wie du so bist, wie du so bist, wie du so bist, wie du so bist. Wenn du so bist, wie du so bist, wie du so bist, wirst du wissen, wie du in der falsche Richtung bist. Warte! Warte! Du kannst nur uns hier einfach nicht verlassen! Kann ich nicht? Ich habe ein wenig überraschend. Ich habe ein wenig überraschend. Ich habe ein wenig überraschend. Ein Tiger der Oberfläche, verraten. Wer könnte so ein Verrückchen? Aber jetzt meine curiosity ist sattet, und du bist für den Moment sicher. Ist das nicht genug? Du könntest mir den Trick zeigen. Das sieht gut aus. Ha 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 ha! Wenn nur eine klöde tongue was all man braucht. Sag mir, klöde Kind. Wie sollst du die Blight bewerben? Wir müssen nach Kirkwall. In den Freemarchen. Kirkwall? Meine. Das ist ziemlich die Voyage, die du planst. Your King will not miss you, hm? King Caelan was betrayed. There's nothing for me here. I see. Hurtled into the chaos, you fight. And the world will shake before you. Is it fate or chance? I can never decide. It appears fortune smiles on us both today. I may be able to help you yet. There must be a catch. Ha 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 ha! There is always a catch. Life is a catch. I suggest you catch it while you care. Maybe we shouldn't trust her. I don't even know what she is. I know what she is. The Witch of the Wilds. Some call me that. Also Flemeth. Asha Bellinar. An old hag who talks too much. Does it matter? I offer you this. I will get your group past the Horde in exchange for a simple delivery to a place not far out of your way. Would you do this for a Witch of the Wilds? What is a Witch of the Wilds exactly? A chastened legend. Witches that steal children. Bah! As if I had nothing better to do. You're an apostate? Yes. Just like you. You would go through all that trouble to have something delivered. I have an appointment to keep. It is far more convenient this way. Happily, you are not without your own needs. How much trouble will this delivery be exactly? About as much trouble as my saving your lives, not five minutes ago. Good point. If you knew my daughter, you'd know how seldom I hear that. Should we trust her? Wesley is injured. We'll never escape the darkspawn. If you need to, leave me behind. No. I said I would drag you out if I had to, and I meant it. We don't have much choice. We never do. There is a clan of Dalish elves near the city of Kerkwar. Deliver this amulet to their keeper, Marathari. Do as she asks with it, and any debt between us is paid in full. Before I take you anywhere, however... There is another matter. No. Leave him alone. What has been done to your man is within his blood already. You lie! She's right, Aveline. I can feel the corruption inside me. What are you talking about? From the darkspawn. All that blood. I knew... when it happened. Then how much time before you? Not long now. If I am any judge. This corruption is the permanent sort, I take it. The only cure I know of is to become a Grey Warden. And they all died at Ostica. Not all. But the last are now beyond your reach. Aveline. Listen to me. You can't ask me this. I won't. Please. The corruption is a slow death. I can't. He's your husband, Aveline. I can't decide his fate. Be strong. My love. My god. I will try. I will try my inner system while doing this. Es ist nicht möglich, dass es nicht möglich ist. Es wird nicht einfacher. Deine Herausforderungen haben nur gerade begonnen. Flemeth! Ich dachte, das könnte dich interessieren. Sie sagen, ich glaube, dass eine verrückte Myth aus der Wild zu retten, um den Champion zu retten. Oh, komm jetzt, Seeker. Ich muss auch die Geschichte von der Warden recitieren? Nein. Vielleicht sollte ich nicht überrascht hören, dass sie involviert. Ich mag meine Version besser, auch. Was noch nicht zu sagen, dann? Hat sie jemanden mit dem Champion senden? In einer Art von sprechen. Also, das stimmt. Weiter geht's. Aber wenn Sie sagen, dass sie alle nach Kirkwall auf einem Dragen fliehen? Nichts so fancifisch. Ich versuche dir. Die Witche hat ihre Worten gehalten, und sie zu Gwarren, wo sie verabschieden haben. Sie sahen nach links über die Waking Sea, lashed by terrible storms. Sie sahen nach zwei Wochen, in der Darkhold. Sie verabschieden haben, mit den Gefängnissen und die Gefängnissen. Und dann sehen sie es. Kirkwall. Die Stadt von Chains. Sie sahen nach dem Imperium. Sie sahen nach dem Imperium. Sie kamen von weit und weit nach vorne, damit die Quarren zu arbeiten. Jetzt ist es eine freie Stadt. Aber ich habe die Sprache benutzt. Ja, das war also quasi fast schon der gesamte Prolog. Es kommt jetzt noch ein bisschen. Ja, das war schon. 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 Das war schon. Das war schon. Ja, das war schon. Ja, das war schon.